Und Nebel, allein unterwegs. Nebel macht es! Er macht es! Der Bissieg! Der Bissieg! Das ist die Entscheidung! Paul Nebel, der den Ball über den herausstürmenden Andreas Luthelhoff zum 2 zu 0. Und das ist die Entscheidung! Der KSC von links nach rechts im Blau mit einem Traumstart. Paul Nebel, 10. Spielminute, 1 zu 0. Karlsruhe. Was für ein Tor von Paul Nebel. Einwurf Thiede für den verletzten Jung in der Startformation. Gommendorf und letztlich Nebel, der das Ding unter das Tordach schweißt. Unhaltbar für Gästekeeper Heuer-Fernandes. Ein Sonntagsschuss! Fußball, was schreibst du nur für schöne KSC-Geschichten. Und Lars Stindl zurück in Karlsruhe. Gibt ihm Hafer! Und wie! Und wie! Der erste Treffer im neuen Stadion durch Lars Stindl. Ein echtes Traumtor! protects der Psychische Träte. Gäste. Gäste. Oder wir wissen, dass wir sie nicht funktionieren. Spannende Musik. Vielen Dank.